Willkommen auf der Satox. Das ist eigentlich noch Beute von der Buchmesse und zwar Pompur de Sinephile, je nachdem wie man es ausspricht. Ich habe mich ja mal so ein bisschen blöd, was die Aussprache angeht. Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. Ein Film, den ich schon öfters in der Hand hatte und dann auf der Buchmesse hatte ich ihn endlich mal mitgenommen bei KSM. Gefühlt auf der Koniti war auch die Opening-AMV. Ich glaub das war ein Sehen aus dem Film. Jetzt halt die Frage ob es rein aus dem Film war. Wenn man da komplette EMV draus machen kann, spricht das ja schon für den Anime. Und zwar geht der Film 94 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Full HD, die Sprachausgabe ist Deutsch und Japanisch in 501 und deutsche Untertitel. Dann haben wir noch ein Kinoposter dabei, ein 24-seitiges Booklet und digital auf der Disc noch Trailer. Gucken wir mal rein. So sieht das Ganze dann von innen aus. Hier haben wir die Disc. Und da haben wir noch mal die Gruppe. Das wird, denke ich mal ein sehr unterhaltsamer Abendfüller sein. Also erhoffe ich mir. Wenn ihr den schon gesehen habt, könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das kann man auch so drauf zeigen. Und dann zu guter Letzt noch das Booklet. Na gut, da wird gleich noch die Größe der Charaktere gezeigt. Wenn man auf meine Größe passt. Mai, jetzt wird das ungefähr auf 1 cm Größe. Dann an dieser Stelle werde ich das hier noch weiter durchblättere. Wie immer der Hinweis-Kauf-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschau.